Guten Morgen Welt! Na, was hast du denn heute für mich im Angebot? Wie wär's mit nette Leute treffen? Etwas Neues lernen? Cool! Willkommen als Azubi bei Galeria Karstadt-Kaufhof. Dann mal los, der Job wartet! Warum das hier die beste Ausbildung für mich ist? Weil sich hier so viel um mich dreht, um meine Talente, um meine Perspektiven und weil ich selbst so viel bewegen kann. Warum auch du hierhin gehörst? Na ganz einfach, weil hier jeden Tag so viel Neues passiert. Und du bist mittendrin in einer Welt, die voll bepackt ist mit coolen Trends und extrem viel Abwechslung. Galeria Karstadt-Kaufhof verwandelt sich mit jedem Tag in Richtung Zukunft, verbindet sich persönlich und digital mit seinen Kunden und der Welt. Bring hier deine Ideen ein, denk kreuz und quer, hin und her. Sei kreativ und neugierig, was passiert, wenn du vollen Einsatz zeigst. Und an deiner Seite sind wir, deine Kollegen, dein Team, deine Buddies, deine Mannschaft aus der ganzen Welt. Hier, das sind Jessica aus Dresden, Mario aus Dortmund, Michelle aus Köln und Miguel aus Hamburg. Wir denken um, lieben Trends und gute Stimmung. Wir stellen uns der Zukunft und den Wünschen unserer Kunden. Womit? Na mit Spaß an der Beratung, mit Freundlichkeit, mit Know-how, mit neuesten Technologien. Und mit mir. Komm in unser Team und mach dein Ding. Als Kaufleute im Einzelhandel, im Büromanagement, im E-Commerce, im Digitalisierungsmanagement, Elektrikerinnen und Elektriker für Gebäudetechnik, Gestalterinnen und Gestalter für visuelles Marketing oder Tourismuskaufleute. Na dann mal los! Galeria Karstadt Kaufhof – der Marktplatz meiner Möglichkeiten.